Hallo zusammen und willkommen zurück bei Uncharted 3. Das Spiel hat uns leider an einer ziemlich doofen Stelle gespawnt, wie auch immer gespeichert. Ja, ich kann den nicht runterziehen hier irgendwie. Und jetzt muss ich gegen all diese Leute kämpfen. Der Speicherpunkt ist wirklich einfach nur dämlich, wenn ich das mal sagen darf. Ich wollte eigentlich keine Granate mehr. Ich finde es einfach nicht gut, dass ich jetzt überhaupt keine Chance mehr habe, das Step-mäßig zu erledigen. Naja, kann man nichts machen, muss ich jetzt durch. Irgendwo ist hier ein Raketenwerfertyp und einer ist am Geschütz. Aber hier war auch noch irgendwo einer, oder? Ich wollte mal gerade diese Waffe holen. Ich war gar nicht da, ich habe ihn nicht gesehen. Ups. Oh Mann. Ich weiß auch immer genau, wo man ist. Wo ist denn da einer, der auf mich schießt? Zählt aber nicht alles. Ich kann machen, was ich will. So. Der wäre weg. Und da noch mehr links. Ich habe die ja eigentlich noch nicht umgebracht. Ah, das war ein Fetter. Ah, das wollte ich nicht. Das ist schlecht. Au. Ja, das ist blöd. Irgendwie, dass man die hier nicht runterziehen kann. Das macht da wohl auch keinen Sinn. Einfach mal die Regeln des Spiels ändern. Das ist lustig, weil die Däne mich gerade immer abschießen. Die anderen schießen Däne mit dem Granatwerfer ab. Nein, schieß nicht auf mich. Mann, das ist doch ein Goptos. Das Spiel derft. Hahaha. Ich hasse diese Stelle wirklich, weil es einfach total bekloppt ist, dass man hier gespawnt wird. Dass die Leute dich sehen. Du hast überhaupt keine Chance mehr, hier dich irgendwie durchzuschleichen. Alles einfach nur noch fies. Ich bin ein, ich bin kein Fan von dieser Stelle. Überhaupt nicht, weil sie einfach schwer ist. Besonders auf Crushing. Ah, was ist der denn hier auf einmal hier? Kommt da angeschlüchen, ey. Okay. Wo ist der? Ich hab auch das Gefühl, meine Kugeln zählen nicht wirklich. Okay. Ich bin fast tot mal wieder. Die haben irgendwie 100 Granaten. Die haben wahrscheinlich so eine Kiste mit Granaten da rumstehen. So, zack. Bierne weg. So, wo war jetzt noch jemand? Ich weiß es gar nicht. Da kommt ein Sniper. Fuzzi. Der ist auch da, da links. Das ist doch irgendwie nicht fair, dass ich jetzt hier spawne. Du hast keine Kugeln mehr. Ja, ich hab keine Kugeln mehr, das recht. Das ist ziemlich ätzend. Das heißt, ich muss hoch. Und der rennt mir einfach immer hinterher. Mann. Der ist ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. Weißt du, was ich aber habe? Kann ich aber nicht werfen, weil das Spiel dumm ist. Geht's noch, ey. Kletter doch mal. Da. Na, komm. Weg bist du, Penner. So. Warum gibt mir denn keiner seine Waffe? Wo zielt der denn hin? Wie sehe ich halt die... Ah! Ich glaube auch, Leute. Ein Schwein pfeift. Wieso kann ich den nicht runterziehen? Ich liebe das, wenn nichts funktioniert. Ich habe echt einfach das Gefühl... Ja. Ist klar. Ich kann den nicht runterziehen, aber der kann mich hier erschießen. Ich bin im Boot. Ja, auch gut. Ich sehe ganz schön blass aus hier im Boot. Ich kann mich wahrscheinlich auch hier im Boot erschießen. Ich kann ihn nicht erschießen. Das ist ein bisschen komisch. Ich kann, glaube ich, nicht schießen hier. Ich muss hier irgendwie raus. Ich komme hier aber nicht raus. Ach ja, Spiele machen Spaß. Wie bin ich denn hier reingekommen? Kann ich hier hoch? Ich bin abort. Ich bin abort. Ich schätze mal, das ist das Ende. Ich kann auch nicht mehr zielen jetzt. Ich kann gar nichts machen. Außer mich umbringen. Ich will das nicht neu starten. Ganz ehrlich. Was soll das jetzt? Ja, bring mich um. Geht aber nicht, weil du mich nicht hier drunter werfen kannst. Lustig, ne? Die Spiele sind schon toll. Das ist mir noch nie passiert, ganz ehrlich. Ich kann mich auch nicht erschießen. Ich kann den nicht erschießen. Ich komme hier auch nicht raus. Noch tiefer. Na ja, okay. Checkpoint. Neu starten. Vor fünf Minuten. Ist doch schön. Ist doch einfach toll. Da hat man doch gleich Lust. Dieses Spiel für immer zu spielen. Nein. Kannst du eine Granate haben? Ja. Ich weiß auch nicht. Das Spiel macht mich unglücklich gerade. Oh Gott. Ja. Ah, der Scheißpunkt hier. Das wollte ich auch nicht. Geht's, Wasser. Auch rennen sollst du. Macht irgendwie heute gar nicht, was ich will. Sehr frustrierend anzuscheren, still. Ja, schieß doch nicht. Mach doch einfach gar nichts. Ich weiß jetzt gerade, irgendwie ist das Spiel gerade scheiße. Ja. Ist klar. Ich warte mal. Und schieb's dem in den Kopf. So einfach. Und schieb's dem in den Kopf. Wer hat das denn geworfen? Der vielleicht? Ach, ich hab Angst. Ich bin so weit. Da hinten ist noch so ein dicker Mops. Mit so viel... ...Panzer. Granate ist gut. Ja, da kommt er. Das war scheiße. Ich wollte eigentlich den. Warum schießt der nicht? Ich glaub, die wollen mich verarschen. Ich kann dich nicht zurückwerfen. Ach ja. Okay, irgendwo ist auf jeden Fall noch ein Sniper-Fuzzi. Der hat unendlich Granaten. Ich muss sagen, die können ziemlich weit werfen. Ist da oben einer? Ich glaube schon. Und da ist der Sniper. Der springt locker flockig hin und her. Ja, der macht ein paar Turnübungen. Jetzt ist er weg. Und da oben? Oh, noch einer. Das ist für Sally. Muss ich jetzt hier dran? Bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. So. Bin mir nicht sicher, ob das gut ist, da dran zu gehen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Äh, ein Hammer! Ja. Ah. Shh. Scheiße. Juh, ich hab'n Checkpoint. Der nicht total kacke ist. Hm. Wo sind sie denn jetzt auf einmal? Ich hätte trotzdem gern den Hammer da. Der ist wahrscheinlich jetzt... Nee, ist noch da. Ich darf doch mal, oder? Okay, festgeschafft. So. Ah! Tut mir leid, wenn ich etwas leise bin, aber diese Stille verlangt meine ganze Konzentration. Nein! Ist er weg? Noch mehr? Da ist noch ein Sniper. Ist auch weg. Die Musik ist noch nicht weg. Das ist immer beunruhigend. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich weiß es, ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Jetzt ist die Musik weg. Genau das, was ich brauche. Gehalte mal die Tau. Wobei... Oh, super. Mehr Kugeln sind wahrscheinlich besser. Muss ich hier überhaupt hin? Wenn man das jetzt wüsste, wo man hin muss eigentlich. Kann man da die Wand hochklettern? Ich kletter mal hier hoch. Da ist nämlich auch noch ein Granatwerfer. Komme ich da irgendwie hin? Da drüben vielleicht? Hui! Oh, noch mehr Granaten. Das gefällt mir. Ich mag Granaten. Nee. Wo muss ich hin? Ach, da ist eine Leiter. Nee. Hä? Doch. Das sieht aber irgendwie so aus, als müsste ich da hin. Wir gehen nochmal schwimmen. Hui! Ich glaube, da musste ich auch irgendwas drücken, oder? Und dann haben die auf mich geschossen. Die Drecksäcke. Sieht aus wie der richtige Weg. Das sieht nicht zu gefährlich aus. Nein. Überhaupt nicht. Wenn die Vögel da drauf sitzen, können wir uns auch da dranhängen. Kein Problem. Jupp, das ist schon mal weg. Ach, du Dreck. Hehehe. Weiter weg. Lach dreckig. Wie oft ihm das passiert, dass was abbricht und er erstmal voll keine gegen eine Wand knallt. Bäm. Bäm. Oh, nee. Dieses ganze Kapitel ist ehrlich gesagt ziemlich schwer. Wenn ich sobald hier runterfalle... ...kommen hier Leute an. Ihr seht mich nicht. Wo seid ihr denn? Ja, schmeiß mal eine Granate her. Ich brauch eine. Ist einer hinter mir? Das hat sich so angehört. Das aber glaube ich nicht. Aber da. Nein, 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 nein. So. Da kommen Mobs. Ja. Ich hab irgendwie ein bisschen festgesteckt und konnte mich nicht mehr nach links. Verstecken sich ganz schön hier. Ah, dein Beingesel. Oh, nein. Ja. Blablabla. Genau. Oh, ey. Wo kommen die her? Ganz ehrlich. Die kommen irgendwie so aus dem Nichts immer. Bäm. Das wollte ich zwar nicht, aber egal. Die sind ja eh gleich hinter mir. Ich weiß irgendwie nicht, wo ich hin soll hier. Trial and error. Jep. Ist klar. Du hast wohl den Schuss nicht gehört, ey. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich bin total gut gelaufen. Weil dieses Spiel überhaupt nicht nervt. Wer schießt denn da? Und wieso kann der mich anschießen? Und wieso kann ich nicht nach rechts? Ah, ätzend. Ah. Das war lustig. Total lustig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hin soll, ohne dass die mich abballern. Wann kommt denn der Schildfutzi da? Keine Ahnung. Das war nicht so gut. Oh Mann, ey. Ich will hier weg. Was ist das? Was ist das? Ich kann mich erinnern an diese Stelle. Und ich habe da schon immer lange für gewahrt. Kann ich hier was machen? Wo muss ich hin? Ich glaube, muss da hoch, oder? Nee. Da ist was Gelbes. Das heißt, ich muss da hin. Aber wie? Hm. Das könnte gehen. Okay. Okay, jetzt kann ich vielleicht drauf. Schön. Sollte klappen. Schön. Ähm. Hehe. Hopp. Da ist ein Schatz. In der Mitte. Mal sehen, ob wir da hinkommen. Nicht so das Gefühl, das ist der Weg, wo wir hergehen. Aber wir werden sehen. Mein Gott. Hat der kräftige Arme. Haha. Ob ich da hinspringen kann? Naja, wir probieren es mal. Ah, nee. Kann ich nicht. Macht doch Spaß so, das Spiel. immerhin ist hier ein checkpoint kann ich dann wirklich nicht hinspringen wie wäre es hier so doof regt mich irgendwie gerade ein bisschen auf ein bisschen ganz ruhig ganz so und zurück hat sich doch gelohnt ein schöner armreif kann man mal dein leben für riskieren okay jetzt aber hier hoch wahrscheinlich probieren es mal dieses level ist mit abstand glaube ich eins der schwersten auf crushing jedenfalls der fiel ich habe nur einfach so weil die feinde oft hier von oben schießen was ziemlich ungünstig ist in diesem spiel was ist denn das für ein monster da muss ich eigentlich hin bin ich ganz sicher so und tschüss das sah ungesund aus glaubt er hat sich was gebrochen kann ich da hinspringen muss ich wohl nein bin ich gar nicht wenn so viele auf einen schießen ist das echt fies finde ich weil die dich nullkommanix erschossen haben und wenn man nachlädt kann man übrigens auch angeschossen werden ich finde ja das sind headshots aber das spiel meint er nicht das war einer oder lebst du noch ich schätze wir werden das erfahren da ist auf jeden fall neuer gekommen aber wo ist der schön vorsichtig das ist doch mal voll ins gesicht die schnauze voll wo springst du denn jetzt hin geh hoch ich weiß nicht mehr von wo die kommen muss ich darüber ja muss ich ach ne die ist eigentlich besser die haben die irgendwie alle hier ich warte mal wo ist denn der da unten hingegangen da waren doch zwei oder ach ja war da nicht noch einer man weiß es nicht bis man erschossen wird ah was wo boah du sackrat das ist was ich an diesem level gar nicht mag von hinten das wollte ich natürlich nicht mein gott ist das ein gewackel hier ihr meint schon ich mag dieses level nicht sonderlich es muss ja immer ein level geben in jedem spiel was man nicht mag so war der pinner jetzt ich weiß es nicht kommst du ey ich seh den nicht da oben das spiel ist ätzend nein ist es natürlich nicht aber dieses kapitel ist nicht unbedingt meins bämm geh weg ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher wo genau der war da oder nein da da ist noch einer ich hab dich gesehen der wartet jetzt bis er mir wieder den rücken schießen kann ich sehe schon aha da ist er sonst noch wer granaten habe ich wohl genug wo ist jetzt der funkraum wo ist der funkraum kommt jemand anscheinend nicht und doch warten erst ich bin mir immer noch nicht cool dass er noch schreien kann im kopfschuss ich bin mir wo bist du geh da hoch geh da hoch geh da hoch hangman ach hier kriegt man zumindest diese trophäe schnell in diesem level meistens kommen sie ja hier gerne von hinten diesmal nicht das war schön so muss das sein ich glaube ich habe überhaupt nicht nach schätzen geguckt überhaupt nicht einen habe ich geholt hier sind wahrscheinlich zehn naja ich glaube schon paranoia dass hier irgendwer ist dubai india was passt ja nicht so ganz naja wie praktisch ein seil wo muss ich denn überhaupt hin äh solltest du dich schon bewegen glaube ich oder ach nee ich muss da hoch ich muss da hoch dann kletter doch mal mit steifen Beinen dein Schatz muss ich da doch nicht hoch äh bin mir nicht sicher ich glaube nicht ich glaube ich muss schwingen oder aber ja doch da müsste ich ja irgendwie drankommen aha easy ramses rameses okay ich würde sagen okay endlich jetzt oh das muss ein witz sein was für ein chaos Mist okay plan b moment wo willst du hin dort halten sie sally bestimmt fest ich muss auf das schiff so wir müssen auf das schiff aber die folge ist schon ziemlich lang deshalb beenden wir die jetzt mal hier nachdem wir diesen schatz eingesammelt haben der so schön blinkt und dann können wir wahrscheinlich herunterrutschen ich bedanke mich auf jeden Fall fürs zuschauen wenn ihr bisher geschaut habt das war ja ziemlich frustrierend teilweise für mich jedenfalls und ich hoffe ihr seid bei der nächsten folge wieder dabei bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020